Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Ihr Zahnerscheinungsbild mit Veneers verbessert werden kann? Ich bin Dr. Dr. Rosanna Himmelfarb, Spezialistin für Zahnästhetik in der Zahnklinik Luzern. Veneers, hauchdünne, individuell gefertigte Keramikverblenzschalen, sind Teil der ästhetischen Zahnmedizin. Sie werden dazu eingesetzt, um zum Beispiel Zahnlücken, Zahnfehlstellungen und Zahngrößenunterschiede ästhetisch zu korrigieren. Mit Veneers können zudem Zahnflecken, Zahnschäden sowie abgenutzte Zähne optisch dauerhaft und unauffällig verschönert werden. Ein schönes Lächeln verbessert Ihre Lebensqualität und ist die schönste Physikenkarte, die man haben kann. Es kommuniziert Lebensfreude, macht attraktiv und strahlt Jugendlichkeit aus. Wir in der Zahnklinik Luzern freuen uns, Sie kennenzulernen und Ihnen ein positives Lebens- und Selbstwertgefühl schenken zu dürfen. Zahnklinik Luzern